Call of Duty Vanguard mit Max, Multiplayer und Zombie Modus. Nächste Frage. Was zocke ich zur Zeit? Na gut halt auf jeden Fall Call of Duty Vanguard. Story habe ich ja jetzt schon durch. Multiplayer und Zombie Modus mit Marco. Cyberpunk zocke ich auch aktiv und schauen wir mal was ich dann als nächstes zocke. Ich meine bis Februar ist ja jetzt noch ein bisschen und da kommt ja das meiste Stuff raus. Beziehungsweise Ende Januar kommt ja Rainbow Six. Das werden wir dann besuchten, aber bis dahin muss ich ja auch irgendwas finden. Schauen wir mal.